dann haue ich mal die straße hier weg und lege eine etwas sinnvollere da einfach mal neben so ach kann jetzt nicht hier den abgedingsten weg da machen okay ist jetzt die frage ist sinnvoll hier so einen schrägen weg da rein zu packen kann das abbauen ich auch rückgängig cancel removal okay dann machen wir es so mache ich den weg weg ist halt die frage hier ist ja quasi diese straße gerade durch macht es einen unterschied wenn man hier ganz verwinkelt wahrscheinlich sind die leute dann langsamer unterwegs deswegen mache ich mal die straße hier gerade durch das andere an der seite kann man weg ein bisschen optimierung hier zwar alles nicht optimal aber ein bisschen schon mal kann man was ändern das haus ist einigermaßen fix voll das andere ist nicht voll und habe ich genau hier habe ich noch nichts ausgewählt cherry lady um bilder kann ich ein weniger machen ich kann noch ein weiterer farmer onkel ran so einer reicht weil bäume wachsen auch wenn er kein farmer drin ist die werden halt nur nicht so schnell abgeerntet wobei ich mache hier sonst stein menschen weniger rein so ja hunter kann ich theoretisch auch weniger machen aber ach guck mal einer mehr farmer jeder rolle keine dreiviertel kann auch zwei das reicht schon wie sieht es denn hier mit den tools aus die sind glaube ich relativ steel tool 22 stück habe ich hier hier habe ich sie gut auch noch mal acht ich habe halt bald kein keine kohle mehr ich würde einfach mal wieder auf die normalen iron tools umsteigen ich weiß nicht ob das so wirklich einen unterschied macht ich habe noch nicht gemerkt dass sie jetzt wie dass die abgeernteten rohstoffe jetzt plötzlich glänzen würden nur weil die nur weil das werkzeug so toll ist das habe ich noch nicht gemerkt aber vielleicht irgendeine funktion wünschen haben sollte kannst weg tschüss zwei schafe hallo ihr seid ja knüffig da können fünf stück rein boah ich mag schafe so das ist schön haben wir nämlich bald wolle dass wir hier ordentliche wollkleidung herstellen können es ist noch sehr wenig wolle das kann man dazu sagen ich habe gerade so eine handbewegung gemacht von wegen ja ja so eine erklärende handbewegung das müsst ihr euch gerade mal dazu denken es ist noch sehr wenig aber es wird schon mal helfen es wird ein anfangen sein und es fehlt an feuerholz wahrscheinlich weil wir das zeug verkauft haben und hier jetzt weiteres gefordert haben raus mit dem ganzen krempel das muss ich in die stadt rein so es wird gearbeitet locks sind noch da hier die baumstämme vor allem der hat sich hier das schön direkt es ist beides mal direkt neben dem lager hier das ist schon gut das passt gut so hier fangen kleine kirschbäumlein an das ist fein was fehlt denn firewood ist low natürlich wobei wir im latent spring sind da ist feuer da da ist firewood not needed würde ich mal sagen so auf deutsch naja passt das schon ich versuche mal ein bisschen steine zu sammeln wobei ich kann das eigentlich kann eigentlich die steine hier oben nochmal weg kloppen steine so dann kann ich hier oben mich langsam fortbewegen in der form dass ich da einen marktplatz hin platzieren möchte könnte man sogar etwas hier runter ziehen aber ich glaube ja hier oben es passt eigentlich schon ich weiß halt nicht was für einen einflussbereich so ein marktplatz hat ob das wirklich wichtig ist dass die leute da wirklich in der nähe sind aber das ist gut das sieht man ja auch hier okay damit hat sich die frage erledigt vielleicht kann man den dann ja boah wenn wir den hier so aber dann passt das von den von den wegen gerade noch ein bisschen blöd eigentlich ja gerne so weil das dir direkt dann hier mit den wegen passen würde aber da ist jetzt das hunting ding im weg du musst immer ausgedingst werden so tschüss sorry tut mir leid aber es ist zu unserem besten nämlich zu meinem kann ich hier die ganzen wege auch wieder wegzwiebeln so kann ich die wege dann anhand des ähm was ist denn wege also anhand des marktplatzes ausrichten dass wir hier das dorf jetzt ein wenig erweitern können das wäre eine feine sache möchte ich gerne machen wir sind schon im jahr 17 haben dabei 67 67 leute 17 jüngere menschen schüler äh und 20 kinder das ist durchaus machbar brauche ich noch mehr häuser hier nee ne die sind nicht allzu sehr belegt ich müsste die häuser bald mal upgraden hier ähm dass sie steinern werden zumindest hin und wieder mal so hier und da aber sonst ich glaube platz ist genug da eine eine wachsende das meer dazugekommen das finde ich gut so gefällt mir das ah das haus ist weg okay alles klar ähm ähm ja jetzt äh ähm ich hätte gerne eine schematische Sicht irgendwie das wäre manchmal noch cool wenn man sich ein paar Sachen einblenden lassen könnte in der Form dass man halt irgendwelche warte wie ist das gedreht vielleicht ziemlich egal ne dass man ähm quasi nochmal farblich hervorgehoben hat wo irgendwelche wo welche Art von Gebäuden ist oder wo irgendwas ist hier so unser erster Marktplatz hoffentlich nicht verbaut ich hoffe echt dass ich mich nicht nicht mich nicht verbaut habe ne sieht gut aus so ach ist das hübsch wir müssen einig wie 42 Bäume und Sachen müssen hier aus dem Boden gerupft werden das ist eine Menge also echt eine Menge wie 42 wirklich 42 42 krass also was machen meine Schafe ich habe immer noch zwei okay ich hoffe mal das werden auch nicht weniger nicht dass sie an irgendwas sterben an Laktoseintoleranz oder an irgend sowas das wäre blöd vor allem wenn es Milchschafe wären so da wird sich gekümmert das passt die Kühe sind auch da ich finde es cool wie dieser Baum hier einfach mal oder diese beiden Bäume hier einfach mal so schief in der Gegend stehen das hat Charakter das finde ich wirklich hübsch auch hier der andere ich meine der übertreibt das schon fast ein bisschen mit der Schieflage aber naja ich finde es schön wenn hier so ein bisschen Natur noch hier und da ist es hat was deswegen habe ich alles deswegen habe ich nicht alles hier radikal einfach mal abgerodet oder halt ich versuche da auch entsprechend nicht hier alles so zack zack eng an eng zu bauen sondern zwischendurch immer ein zwei Felderchen Platz zu haben damit man auch ein bisschen Grünzeug stehen hat oder halt irgendwelches Zeugs was dann hübsch aussieht es hat zwar keine Funktion aber es ist hübsch das reicht mir als Funktion so hier wird auch ordentlich geschnabbelt ich hau mal wieder den Speed rein wie friedlich das aussieht wenn man es langsam gelaufen hat und wenn man plötzlich hier den Rauch in zehnfacher Geschwindigkeit hat denkt man hier brennt das ganze Dorf also es ist äh ist schon ein wenig aufregend reimt Stone ist low es ist mehr Stone geniedet ja wer hätte es gedacht äh wahrscheinlich ich ein weiteres Stone Cutter kann dazu kommen 10 von 15 ich dachte ja eigentlich dass hier das so eine so eine extrem übertriebene Investition ist so ein Stein so ein Steinbruch und auch die Mine aber eigentlich wenn man mal genau ist ist es nicht der Fall man hat immer noch nicht also es ist immer noch nicht komplett ausgelastet aber eigentlich ich würde sagen es geht die Schule erfüllt langsam auch ihren Zweck die reißen hier endlich mal den Weg weg das ist ja schön das ist ja herrlich das ging auch schnell danach reißen die hoffentlich mal hier die Bäume weg ich möchte diesen Marktplatz haben so ach da fallen die Bäume ist ja nicht hübsch und wie schnell sie fallen eine nach dem anderen als wären es Dominosteine ist das nicht schön und wie tierisch laut das auch ist ey die brettern ja hier echt durch wie sonst was einmal mit einer Planilraupe hier durchgefärscht oder was oh ja die schöne Birke oh und so viel neues Holz wollte ich gar nicht haben haben sie denn jetzt alles weggemacht hier ok also Removal also die 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 Lagerdinger die gelten auch als Removal es wäre allerdings noch schlau wenn die quasi das was hier sowieso schon drauf steht auch direkt mit benutzen würden also wenn man hier Bäume fällt warum transportieren die die Bäume erst weg wenn sie dann noch wieder Bäume brauchen mal so gesehen Stein haben wir genug ok also fast genug wie schnell wie viel wie die einfach mal 50 Baumstimme auf einmal in der Tasche tragen können das ist unglaublich ich habe gerade umgestellt auf Eisen genau wir brauchen nämlich Eisen hier ich kann natürlich was auch aus der Gegend heraus rupfen mache ich glaube ich mal damit es ein bisschen flotter geht äh Eisen hier ist noch Eisen bt werden es denn mehr Schafe es sind 2 von 5 nein noch nicht die hatten auch keine Lust auf äh gemeinsame Flauschestündchen tja also mit äh na falls man mal nicht schlafen kann unser Dorf ist da eher ungeeignet für weil Schafe zählen da kommt man echt nicht weit da sind da ist man mit 2 Stück dann zu Ende ich glaube in der Zeit schläft man nicht so schnell ein wollte ich nur angemerkt haben na falls jemand von euch hier nicht hier wohnen wollte dann am besten wenn ihr keine Schlafstörungen habt das ist glaube ich eine Grundvoraussetzung dass man hier auch wohnen darf tja habt ihr leider Pech gehabt wird hier denn ordentlich was angeerntet ich mach mal das Cutten könnte ich eigentlich ich mach mal das Cutten aus hier das Baum fällen damit hier ganz viele Bäume groß werden damit auch hier dann ähm sowas wie andere Vegetation und andere Sachen deutlich mehr vorhanden sind na weil gerade irgendwelche irgendwelche Tiere und welche Blümchen und welche Pilze freuen sich daran dass hier alte Bäume in der Gegend stehen und dann wenn man direkt schon die ganzen Bäume weggeholt hat dann ist es auch nicht so effektiv so 73 Erwachsene 15 Studenten 16 Kinder ich nenne jetzt einfach mal Studenten also ne Auszubildende sagen wir mal 16 Kinder es ist schön es entwickelt sich und das ist der Händler der im Winter kommt seit wann kommt er denn im Winter hier Deungel was hat er denn jetzt Berries 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 ich glaube so ein paar Bärchen könnte ich auch nochmal einkaufen wir haben ja wie wenig davon also falls man irgendwie hier kommen so falls man irgendwie hier bestimmte Rohstoffe für Leute bestimmte Nahrungsmittel für Leute sperren kann dann bitte gerne auch mal schreiben das wäre sehr schön wenn es denn hier was auch immer genau das jetzt ist einfach mal so einen ganzen Berg von da rein kloppen wobei nicht alles ja ist ja Quatsch Iron Tools nee Fisch Steine nee wobei machen wir es so Locks hier kommen die Locks können mal weggelockt werden Fisch ich könnte ja Bären gegen Bären handeln das wäre bestimmt der Knaller hier ein bisschen zu viel ja tschüss wobei der kann eigentlich hierbleiben der darf hierbleiben der ist ja nett na hat er ein bisschen Gastfreundschaft hier kann er dann nochmal so im Hafen hier so ein bisschen spazieren gehen sich an den Hafenattraktionen ein wenig begenügen also dieser kleine Steg da das ist die Attraktion hier der Hafen ist aus Holz so ach zwölf Händler hier wofür braucht man denn die Leute was machen die denn oh äh sammeln die etwa hier das Zeugs ein dass dies zum Markt transportiert wird oder wie läuft das ich mach mal vier Stück rein und guck was passiert also ich glaube es ist so dass die Leute dann von also dass die Einwohner dann von hier ihre ganzen Sachen holen genau das kommt dann hier raus oder wie ist das aber ist ja interessant ist das jetzt leer nee aha ach so also okay also ist im Prinzip das was ich meinte so ein bisschen irgendwo mal vor ein paar Folgen dass man wenn man hier oben irgendwo eine Produktion hat und ein Lager hat und hier unten das Zeug eigentlich gebraucht wird ähm da ist jetzt dieser Marktplatz quasi der Sammelpunkt für zumindest alles was die Leute hier was die Endverbraucher dann brauchen also Nahrung und sowas das finde ich cool das ist hier quasi also ich vermute mal dass es so sein wird dass die von hier automatisch von überall außen rum sammeln dass hier was aufgefüllt ist das heißt hier das Lagerhaus man sieht es es wird deutlich leerer ähm dass das dann da gesammelt wird das finde ich ziemlich cool gerade mal so ja also kann man vielleicht merken Locks ist wenig Firewood ist low ja ich weiß das liegt an mir das habe ich so eingestellt ähm kann man hier noch einen weiteren Weg einfach mal rumzimmern ich mag es irgendwie um solche Gebäude einen Weg drumherum zu haben ich weiß nicht genau warum vielleicht aus Prinzip was ist ein schöner Markt da möchte ich auch einkaufen herrlich es sind jetzt nicht alle Leute hier im Markt drinnen hier so ganz am Rande geht es aber hier sind noch ein paar Sachen drinnen ein bisschen ein bisschen was zu futtern es ist ja nicht dass es jetzt komplett irgendwie Armut wäre plötzlich trotzdem kann man schauen dass man hier in der Gegend dann wieder ein paar Häuser mehr drum drapiert was ja auch mein Plan ist hier kommt ach ich kann ja einfach direkt mal ein Steinhaus daneben klatschen ähm Haus wobei ich mache das nicht direkt da dran damit hier noch Häuser stehen damit hier noch Bäume stehen bleiben wobei die Bäume da auch ziemlich cool sind dann mache ich das mal boah wie mache ich das denn mal so da kann ein Haus hin äh Haus Haus Doktor Haus boah das ist genau der Baum der da auf der Ecke steht ne das ist der leider weg oder weiß ich nicht ich möchte ja noch Häuser also hier die Bäume stehen haben so ein paar von denen machen wir es so ich bin mal gespannt wahrscheinlich hier ist es hier übertrieben hier das komplett frei zu behalten deswegen mache ich es auch auch nicht sondern nur das hier zwischen so wunderbar so viele Holz äh Steinhäuser ich glaube das wird nicht gut ich glaube das wird zu teuer und wenn nicht dann ist es auch egal zumindest dass ich hier in diesem Bereich mal die Steinhäuser ein wenig versammle dass man hier eine Art erkennbares ne die bessere Wohngegend hat sowas in der Art so brauche ich da wirklich vier Leute bitte zusammen alles eh 20 20 30 Untertitelung des ZDF, 2020